Wie heißt du, Mädchen? Ezra Whedon, Micah Smith, Benjamin West, Brian Willett. Jeder von euch und eure Kinder und eure Kindeskinder werden durch das, was mir in dieser Nacht angetan wird, furchtbares Leid ertragen müssen. Ihr werdet von dieser Nacht an bereuen. Auf ewig soll mein Fluch auf euch lasten. Geh weg. Geh sofort in das Zimmer, du Biest. Der Hexenjäger lebt. Mein Gott. Joseph Körben! Der Hexenjäger! Er kommt zu Ihnen! Er kommt zu Ihnen! Ich bin völlig sicher. Ich bin völlig sicher. Ja. Ja. Er ist sicher.